Fünf habe ich schon. Das war zu weit weg. Das war auch zu weit weg. 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 So. Da geht es zu meinem Feenacker. Bei denen ist das oft noch ganz sinnvoll. Bei denen ja irgendwie gar nicht so. Bei denen muss man einfach nur schnell sein. Und den halbwegs richtigen Winkel erwischen. Dann geht das schon. Hier sind es sonst immer so viele. Hier sind diesmal gar keine gespawnt. Zwei noch. Klecks klumpen. Was? Okay. Gut. Wo ist er denn? Der Sieg. Das war ja leichter als einem Kind seinen Schnuller abzunehmen hier. Guten Tag. Eins von zwei. Du bist wieder da, Nina. Ja, das wollte ich auch auf jeden Fall. Der ist echt nett zu mir. Da du jetzt so viele Tische hast, kannst du mir vielleicht etwas von ihrer Essenz geben. Ich brauche sie für ein gewisses Ding. Dankeschön. Äh? Was? Flatterstaub. Flatterstaub. Na klar. 18 Flatterstaub. Überhaupt kein Problem. Was kann ich hier eigentlich kaufen? Okay. Boah, Smaragd. Ich habe die Blumen noch nicht entdeckt. Die grün. Und Peridot. Kann ich mir immerhin schon mal... Kann ich mir irgendeine Farbe bei irgendjemandem kaufen? Bei ihr kann ich immerhin schon mal so Heiltränke kaufen. Das ist eigentlich ganz nice. Okay. Das kann ich mir bei ihr auch kaufen. Das ist eigentlich ganz cool. Die Feenbäume hier, ne? Flatterbaum. Das ist ja... 28 Tage ist der ausgewachsen. Violette Waldliege haben wir schon entdeckt. Aber dafür brauche ich 30 Stück. Und Rau und Amethyst. Sehr hübsch hier. Der ist auch super schön. Den könnte ich mir sogar relativ easy holen. Hier fällt mir gerade auf. Mit Papier und Flatterblatt. Bauchholz. Muss ich wirklich mal irgendwann machen. Ich brauche andere Flügel. Die haben alle so schöne Flügel. Ich möchte auch... Jetzt bald ein Feenfestival. Und ich habe immer noch so... So langweilige Flügel. Und jetzt bin ich komplett falsch gelaufen, weil... Weil ich das halt am besten kann. Weil ich das halt am besten kann. Nicht verlaufen. Und meine Zeit so verschwinden. Blatterstaub. Blatterstaub. Den wollte ich ja vielleicht noch einen polierten... Was wollte er? Smaragd? Sind das Grüne oder war das Saphir? Smaragd. Also einer von den Grünen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Smaragd... Habe ich einen polierten Smaragd? Der Mann ist anspruchsvoll. Ja, ich wollte Pilze sammeln. Ich habe es mir jetzt doch anders überlegt. Das ist immer noch eins meiner coolsten Areale. Also ich mag das total. Dieses düstere, dunkle. Könnte auch ein bisschen größer sein, finde ich. Ja, aber aus denen kriege ich ja viel. Aber keinen Flatterstaub. Wen Staub kriege ich von denen? Aber Flatterstaub? Smaragd. Ne, das ist Peridot. Das tut man nicht alles, ne? Genau, hier mangelt es mir an Geld. Sehr traurig gerade. Flatterstaub. Flatterstaub. Flatterstaub brauche ich, denke ich, Schmetterlinge. Wir haben auch noch keine schwarze Lidle. Ich muss gleich mal gucken, ob ich nicht eine schwarze Lidle für sie habe. Okay. Kann doch nicht sein, dass ich hier... Oh Gott, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Die da noch zu finden. Bist du nicht eine Lidle? Wo bist du? Ich habe dich laufen sehen. Wo bist du? Oh, jetzt suche ich sie zu lange. Ich gucke mal auf die Karte. Sie ist da drüben. Gar kein Problem. Ich renne hier einfach nach. Es wird so ein enges Rennen. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Könntest du ganz kurz stehen bleiben? Wie, schwarze Lilie? Ich habe doch eine schwarze Lilie. Ha! Ich... Aber... Ich hatte doch... Ich hatte doch eine schwarze Lilie in der Hand. Ich meine, gut, da stand jetzt Waldlinie, aber... Ist das... Ist das nicht dasselbe, als ich will diese andere Lilie haben, oder? Und ich dachte, das ist es jetzt. Okay, ist es nicht. Wo ist der Hübschling? Wo? Wo ist er? Zeig dich. Ich sehe nicht. Wo ist er? Bei den Docks vielleicht. Da ist er. Was ich damit immer so beeilen muss. Er gönnt sich noch einen Trunk zum Abend. Das ist okay. Wäre schön, mal wieder ein Date zu haben. Hallo? Oh, wie schön. Woher hast du das gewusst? Ja, ich bin halt... Intuitiv. Ich habe jetzt keine Lust auf eine Freundschaftsaufgabe. Die läuft eh in einer Stunde ab. Wenn ich jetzt richtig fix bin, was ich nicht glaube, dass ich das schaffe... Dann hole ich mir die extra Energie, indem ich einfach pünktlich schlafen gehe. Doch, das könnte ich schaffen. Die Pflanzen gegossen, die Tiere sind versorgt. Wir gehen einfach pünktlich ins Bett. Neue Post von Pepper? Nur von Pepper? So, 13.000. 13.000 nur? Mehr hat das nicht gebracht? Ich meine, ich will mich nicht beklagen, aber 13.000 nur? Ich bin's Pepper. In derzeit habe ich ziemlich viel nachgedacht. Und manchmal glaube ich, dass es am besten geht, wenn man die Wellen am Strand beobachtet. Findest du nicht auch? Nur, wenn es mal kein Date ist. Tierchen. Okay, da kriege ich wirklich nur die Tierchen... Das gilt als Tierchen. Das ist wild. Alchemie. Flatterstaub. Oh, ich habe 18.000 Flatterstaub. Okay. Warum genau braucht der jetzt 18? Stellt sich mir die Frage, aber... Ich werde das nicht hinterfragen. Okay. Der 10. Tag. Wovon habe ich aktuell nicht so viel? Mais habe ich generell nicht so viel. Den Roggen habe ich angepflanzt. Der ist aber noch nicht reif. Ich habe keine Bohnen. Brokkoli. Habe ich Brokkoli angepflanzt? Das muss ich gleich mal nachgucken. Davon könnten wir noch mal welche anpflanzen. Da habe ich halt einfach noch nicht so viele. Habe ich hier Brokkoli irgendwo. Da oben, das ist Brokkoli. Das sind diese komischen Paprika. Machen wir erst die Tiere? Wir machen mal erst die Gießkanne. Guten Tag. Perfekt. Wir haben die Gießkanne. Ja, das haben wir gemacht. Würde ich sagen, als nächstes die Axt. Und dann die Sichel. Gut, das haben wir doch schon schön gemacht jetzt. Perfekt. Wir sollten uns Tee holen. Hier ist es hier zu kalt. In der einen Höhle ist es hier zu warm. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder Platz. Wollen wir noch Tee mitnehmen. Und vielleicht mal wieder Tee kochen. Wäre auch schön. So, bei dem Wetter holen wir die Tiere auch nicht raus. Ach, sie sind so süß. Ich muss es nochmal streicheln, weil es süß ist. Ich frage euch, ob das... Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich an den Futtertrog. Perfekt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Stehen so ungünstig ineinander. Kannst du mal bitte... Ich würde gerne... Kann ich mal... Ich würde... Danke. Ah, schön. Meine Haut glänzt, was ich gerade. Ich komme mich schon auf den Frühjahrsputz. Und die Gerätschaften hier, die werde ich alle mal in irgendwas anderes dann stellen. Die werden nicht mehr draußen rumstehen, denke ich. Weißt du nicht genau, wo und wie ich das mache? Ich habe ja noch so ein zweites Haus da oben. Vielleicht dahin. Vielleicht ist das auch genau dafür gedacht, dass du quasi deine Gerätschaften gesondert hast und deinen Wohnraum quasi auf Hübsch. Die Zauberbohnen. Aber ich finde das jetzt mit der Musik stimmiger, mit dem ganzen Rest dazu, muss ich sagen. Finde ich besser. Wird mir schon ganz gut so. Außer vom Ausschlag her, wenn ich hier rede. Nicht, dass eigentlich auch ganz gut... Ich staune, dass das Klackern vom Controller nicht so gut unterdrückt wird. Aber wahrscheinlich, weil ich den... ...so nah hier drunter halte. Er klackert normalerweise nicht, aber ich habe momentan längere Nägel und irgendwie neige ich dazu. Die so ein bisschen irgendwo gegenzuklappern. Das lädt so dazu ein. Gut, wir können die Quest eigentlich abgeben. Ein Stick Tee. Der wird ja wahrscheinlich da oben sein wieder, oder? Hier ist schon wieder kalt. Ah, Vodel. Die Namen sind so schön. Ich wünsche, man könnte mehr von den Feen daten. Also, einfach so. Ich glaube, wir können bloß zwei Feen... Ne, drei Feen. Also ein Mädel. Dann den Namaschall und den anderen knuffigen Typen. Dass man sich nicht direkt ins Feendorf portieren kann. Eigentlich ein Ding. Hi. Da bist du. Als Feenkind träumte ich von Abenteuern. Als ich älter wurde, merkte ich, dass ich mich nicht nach Abenteuern sehnte, sondern nach Erfahrungen. Und Erfahrungen kann man überall machen. Gib mir etwas von der Essenz der Tierchen. Witteschön. Da sind sie. Hallo? Hallo, kriege ich die Belohnung auch? Das ist... Gut gemacht, Heldin von Nazaria. Ich glaube, dass ich das für das Feenfest und das dann nicht vorweisen kann. Ich glaube, dann kriege ich... Dann kriege ich einen Vollkrampf. Ich möchte unbedingt die Klamotten haben. Wenn man die nur einmal hier im Spieljahr kriegt und da hier auch nicht vorspulen kann... wusste ich. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ach. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir das Ganze kurz mitnehmen. Wieder mal sammeln wir da auch mal eine neue Abwechslung. Eine neue, alte Abwechslung sozusagen. Sammeln habe ich jetzt im Winter tatsächlich sehr vernachlässigt. Da war ich sonst mehr hinterher, aber vielleicht auch, weil mir aufgefallen ist, dass man eh immer zu viele Beeren hat und dass es keine Rolle spielt, welche Beeren und welche Pilze du hast. Wir gehen gleich noch zu Peppa. Ich staune, dass sie mit uns auf ein Date will, obwohl wir ihm was geschenkt haben. Auch eine wilde Geschichte. Der Almanach. Achso, bloß weil wir jetzt hier die Sichel und das alles haben. Sieht schon ganz nice aus. Sieht schon cool aus. Dann noch alles in Gold und dann hat man den Grind geschafft. Wir müssen mal gucken, dass wir nach unten kommen. Zügig. Vielleicht doch einfach durchrushen. Ich meine, wir brauchen die Sachen ja auch alle. Wir brauchen ja den Stuff, um die Siegel zu setzen. Das erreichen wir ja nicht, wenn wir durchrennen. Also gibt's kein Durchrushen. Vielleicht ist das letzte Ende so, ja, aber. So, wo ist Peppa? Da unten, am Strand. Gut, dann gehen wir zu den Salzwasserminen, oder? Stimmt, sie wollte ja auch an den Strand. Sie hat ja gesagt, oh, die Wellen und so. Ich glaube, ich muss mir nur was Neues zu trinken gleich eingießen. Ich hab nicht mehr so viel. Oder ich mach mir einen Kaffee. Das ist doch eine viel bessere Idee. Geht's dir gut? Mit wem redest du da? Hey, Nina, ich hab mich schon gewundert, ob ich dich heute sehen würde. Auf ein Date gehen. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Was ich dich noch fragen wollte, hast du auch irgendwann mal Angst, Nina? Oder beunruhigt dich irgendwas? Ich schätze, ich will wissen, ob wir noch was gemeinsam haben. Wirklich? Und trotzdem machst du tapfer weiter. Wie schaffst du das bloß? Was ich glaube? Keine Ahnung. Du bist die Abenteurerin. Tja, ich glaube, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich möglichst gut vorbereiten. Karten und Aufzeichnungen von dem Ort an den ich gehe gründlich lesen, meine Ausrüstung testen und nie die Snacks vergessen. Snacks, wichtig. Wichtig und richtig. Hältst du das wirklich für einen guten Rat? Danke, Nina. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich nie weiß, wann ich mit der Vorbereitung aufhören soll. Warum nur eine Mütze stricken, wenn ich zwei machen kann? Warum fünf Gläser Apfelgelee kochen, wenn ich zehn machen kann? Und dann läuft mir die Zeit davon und das Regal ist voll. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht reicht. Oh, die Herzen, wie süß. Ich weiß, du hast recht. Ich muss selbst entscheiden, wann die Vorbereitung abgeschlossen ist. Aber dank dir fühle ich mich jetzt in vielen Dingen schon viel selbstbewusster. Butterblümchen. Butterblümchen? Oh mein Gott, ich wurde auch mal so genannt, aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht färbt deine Abenteuer Lust auf mich ab. Es ist schon süß und es ist schon schön. Mit den Schiffen da hinten in der Bucht. Ich finde die Seerosen toll und die Glühwürmchen so im Winter. Ich finde das ganz toll gerade. Viertes Date mit Pepper abgeschlossen. Was tut sie da mit der Angel? Pepper? Jetzt ist sie weg. Vielleicht finde ich ein paar neue Gegenstände für mein Bunker, äh, mein Zuhause. Sie freut sich einfach über den Schnee. Okay, Chat? Wir müssen das nicht bewerten. Sie freut sich einfach über den Schnee. Bei ihm traue ich mich nicht mehr. Ich habe schon sein... Ich habe schon sein... Sein Herz so ein bisschen angebrochen. Mich echt nicht entscheide. Ich muss unbedingt mit allen auf ganz viele Dates gehen und dann gucken, was ich mache. Apropos, was mache ich jetzt noch? Ich könnte vielleicht noch ein paar Stunden Farmen gehen. In der Höhle. Ich habe die Siegel auch dabei. Ich habe Unsichtbarkeitstrank. Ich habe Essen. Ich habe doch genug Essen, oder? Ja. Also eigentlich, let's go. Oder Frostdiesteln sammeln. Wir brauchen Frostdiesteln für... den Feuertrank. Dann machen wir das. Können wir ja noch diese lustigen... Wilder Chikoré. Oh. Ja, dann machen wir das. Dann sammeln wir hier eben einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich damit irgendwas machen muss. Ich nehme es einfach mal mit. Hier oben brauche ich witzigerweise, weil es hier nicht schneit. Da kann der Schnee... Da kann der Schnee auch aufhören. Hier oben brauche ich nämlich witzigerweise... Diesen Tänig. Immer mich. Ich muss noch 10 mehr... Judas Ohr. Es gibt einen Pilz, der Judas Ohr heißt. Ich weiß nicht, ob ich begeistert oder irritiert bin. Halt doch still! Hab dich. Das ist Hallibelle. Ah, die hatte ich noch nicht gefangen. Das finde ich sehr gut gerade. Da geht es da lang. Ich könnte das Mana benutzen, aber irgendwie stehen mir die dafür nicht dicht genug beieinander. Es fängt an zu schneien. Lustig. Ah, tsch. Sind das andere Bären, weil da jetzt sein Ausrufezeichen stand? Und Schneeflocken muss ich sammeln. Ich habe schon wieder vergessen, von wem oder was ich Schneeflocken bekommen habe. Haben die Schnecken mir Schneeflocken gegeben? Ich glaube nicht, oder? Aber die Krabben. Die Krabben weiß ich ganz genau. Die Schneekrabben. Oh, die hatte ich doch nicht, die weiße Schnecke. Ich dachte, die ganze Zeit, die hätte ich schon gehabt. Ich habe die komplett ignoriert. Ich bin ein Bowser. Ich bin right dabei. Ich bin wrong. Ich bin bereit. Ich bin n semicondu anniversary.